Willkommen zurück zur Life is Strange, wenn wir einen tollen weiteren Aufkürt haben. So, na gut. Ich weiß bis nicht, was ich wollte. Also machen wir alles durch. Ich weiß nicht. Das ist verrückt. Weil wir haben ja auch was zu verbeinen. Das ist verrückt. Ich verstehe warum die Schule auf höhere Anerkennung sind. Aber die Kameras sind in den Dormräumen. Es ist eine schmerzige Fliege. Und es ist für euch und eure Klasse, hier zu stehen. Flackwell Academy hat ein nobeles Herzen. Von den Native Americans, die dieses Land haben, zu den Pionieren, die es in Frieden haben. Nicht Angst und Gewalt. Du machst das? Du kennst viel über Blackwell für die Wissenschaft. Wissenschaft ist Geschichte, Max. Und ich habe ein secretes Wissen, um die Lokal Lore und Legen zu lernen. Es gibt viele verschiedene Fakten darüber, die du wirklich möchtest möchtest. Nun, bevor ich dir deine Arbeit mit diesem Lektor verabschiede, kannst du bitte die Petition, um unsere Kampus zu halten, nach 1984 zu gehen? Absolut. Ich meinte nicht die Sicherheit, aber nicht die pure Überlegung. Ich wusste, du warst mein Lieblingsstudent bei Blackwell für eine gute Grunde. Diese Zeit, wo können Sie Quenzen haben, ist jetzt die Frage. Was? Habe ich jetzt für das Fälsch gemacht? Was ist das? Ja, woher ihr? Ja, woher ihr? Also, du kennst die Rachel Amber? Ich wusste, sie liebte Party. Schön zu sein. Oh, ja, und sie war heiß. Das ist jetzt, was du tun. Was ist mit ihr passiert? Was ist mit ihr passiert? Was ist mit ihr passiert? Ich weiß nicht. Uh, was passiert mit Menschen, die ohne Träße disappear? Rachel war eigentlich ein Mitglied der Vortex Club? Nein. Rachel war eigentlich ihre eigene Club. Sie war eigentlich zu cool für uns. Und ich verweigte, dass ich das nie gesagt habe. Was ist das eigentlich? Ich wollte keine wollen. Was ist das eigentlich? Ich wollte keine wollen. Das ist am Eugen weh. Man hält nicht auf mit redenden Lappen. Ja, ähm. Ja, ähm. Ja, ähm. Ich weiß noch nicht, Hayden. Let's talk later, Hayden. Ich bin Max. Nein. Ich muss mein Chemikalier auf und studieren. Wir sollten dich und Dana rauskommen. Ist ja recht. Ist ja recht. Uh, das war jetzt die Vorwürgerung. Wir haben noch jene. Oh, das ist zu meilen. Was ist denn das nicht wieder? Brooke hat eigentlich ein Drone? Hi, Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? Uh, you read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Oh, no. 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 Funny. Warren said you were smart. Please. Step back. Was? Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy though. Ja. Wir sollen machen. Hier rennt ein kleines Würmchen herum. Und ein Eischung. Before I blow my phone up. Ja. Ich denke, wo haben wir das jetzt begriffen? Wir müssen... Äh... ... We got to die. Okay, I better get my drone and grab that flash drive. Also, ich nehme einen... Wiesenstraße. I don't want to go that way. Was? I need to go to my room and return Warren's flash drive. Hi Martha, I don't have time to go to my room. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hole of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The daguerreion processor? You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Oh, is die fresh. I would like to go home. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social media. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. No. Oh, what's going on? Oh, he's right there. Keep walking, hippie. Wie komme ich jetzt trotzdem? Söte denn Boone zurück? There goes Samuel Da Vinci to paint the window. Sweet! Mondes ist fies. Ich kann nicht auf den Schritten schämen. So, jetzt benutzt er eigentlich rein, muss man jetzt rein gehen können. Von der VPR hat man heute irgendwas zu sagen. Nö, sei so schön nass. Ich muss noch nein, ich will es jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es mit einem Maus zu tun ist oder was? Da muss ich noch nicht runter, na gut. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. mal schauen Leute was wird mir jetzt passieren? Ich denke wir müssen immer so die Pümpe einschalten noch nebenbei und da oben ist Ich würde nicht wissen, wir sind erschreckige Das ist die einzigste Chance ist die bohren Okay, let's see if this works Hi So Knitzen So Ich denke sie kümmert es schaffen Das ist die Die Nähst du im Ort, der Monoz Da geht's Nöwe 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 Wenn du hierfür Nee Nöwe Entschuldigung Geh weg von mir, weirdo. Hold on, hold on, wir bekommen ein paar Teile, wir werden gleich zurück. Also, move deinen Schein, bevor ich rauskomme. Nicht mit Max, blöden. Geh weg von mir. Hey, Victoria. What do you want, Max? I am sorry, that's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures, you have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Okay. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck yourself. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. I'll see you later. Bye-bye. I think we have it now. I'll see you later. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. and I would have played a call on a party, Let's go around pizz Ils charge me too, eh? But just for orally, we have a member for many friends, you've seen yourrer foresting. And I can make that rebuilding a relationship.